Moin Leute, Kralle hier und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir sind natürlich immer noch auf Omega und ich wollte gerade ins Afterlife zurück, weil wir uns jetzt Archangel schnappen. Aber hier können wir mit noch jemandem reden. Gavorn, das haben ja die Vorge irgendwie gesagt. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab zu dem Rekrutierungsbüro, oder was das war, wo die Söldner ja Leute anheuern. Söldner Anwerber. Ah, ich höre, du hast einen Rekrutungsbüro. Hm, warum nicht einfach in die Seite gehen? Du kannst du bezahlen, wenn die Arbeit fertig ist, wie alle anderen. Wer ist jetzt? Du drei, wie du kannst, du ein paar Schmerzen zu machen. Willst du ein guter Kampf? Sure, wenn das ist der Ort, um nach Archangel zu gehen. Das ist der Ort? Standard fees sind 500 Kredits, du kannst du bezahlen, wenn die Arbeit fertig ist. Wenn du sterben, deine Freunde nicht collectieren, du brauchst deine eigenen Weapons und Armour. Looks like du hast das covered. Und nein, das macht dich nicht ein Mitglied der Blue Suns Eclipse in der Blood Pack. Du bist ein Freelancer, period. Any Fragen? Warum sind die Mercs zusammenarbeitet, um zu schützen Archangel zu gehen? Du hast nicht auf Omega lange, huh? Er macht alles, was er kann, um mit uns zu verhören. Schmerzen gehen, die Operation sind verhörtert. Every month it gets worse. Tarek und die anderen Bösen sind zu verhören, um die Kredits zu verhören. Und Männer. Ist er ein schwerer Hitter? Wie viele Mercs-Bösen sind in dieser Anwälte? Ja, Tarek führt die Blue Suns, aber alle drei Bösen sind überhörtert. Jareth führt die Eclipse und Garm ist die Head der Blood Pack. Tarek ist in charge, aber die anderen nicht sagen würde das. Ich bin froh, dass sie in das überhaupt nicht sind, aber ich glaube, dass ein Grit von Archangel ist wert. Ich bin froh, wenn wir da sind, was wir da sind? Wie kommen wir nach Archangel? Die Mercs werden dir sagen, wenn du da bist. Als ich gehört, haben sie die Freelancen in die Gruppe von Freelancen gelegt. Sie schützt in Waves, um den Archangel zu verhören, während wir versuchen, seine Gefängnis zu verhören. Also, wir sind nur Fodder für seine Bösen? Wenn du nicht magst, dann nicht aufstehen. Aber wenn du dein Job richtig machst, sind es einfach die Kredits. Außerdem, was sind die Wahrheit, dass er alle von euch verhören kann? Sieht so, wie viel Probleme für nur einen Mann. Sie hatten ein whole Team, aber wir haben mit ihnen gesprochen. Jetzt ist er nur ein Mann. Aber er hat die Vorteile. Es ist seine Basis von Operationen und er weiß, dass wir kommen. Er hat für einen Angriff geplantiert, wie das. Er hat viele Menschen verloren, um ihn zu erinnern. Es wird schwer sein, um ihn zu erinnern. Aber das ist das, was wir rekrutieren. Wenn wir nur noch die Krieger schützt, werden wir ihn in der Zeit bekommen. Wo ist der Angriff? Archangel's Base of Operations. Er hat sich gerade unter unseren Nosen. Ich kann nicht genau sagen, wo du gehst, aber wir werden dich da. Wo sind wir? Wir gehen nach dem Transport Depot, außerhalb der Club. Einige von uns wird dich von da. Send in den nächsten Mal. Hey, is this where I sign up? You look a little young to be freelancing as a merchant. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. Yeah, you know enough to get yourself killed. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, Woody! Trust me, kid. You'll thank me later. Okay. Wir sind Kanonenfutter. Läuft gut. Okay. Aber wir wollen ja nicht Archangel umlegen. Wir wollen ja ihn ja rekrutieren. Das heißt, wir müssen... Mit drei Söldnertrupps und einem, äh, äh, eigentlich vier Söldnertrupps, ne? Die drei hauptsächlichen und die ganzen Freischerler, äh, Freischerler, die sie rekrutiert haben. Oi, oi, oi. I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating your Freelancers. Ready when you are. Get in. Okay, ja, wir bleiben bei denen. Äh, hier warte ich noch auf den Punkt. Miranda kann Überlastung. Hm, 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 hm. Ne, lassen wir mal. Said. Zack, machen wir so. Und dann machen wir das so und so. Gut. Alles klar. Aber ja. Dün, 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 dün. Die hatten wir jetzt schon ausprobiert, ne? Ich probiere mal die Mettog. Halbautomatisches Gewehr mit mittlerer Reichweite. Was hatten wir hier? Die Kantana haben wir noch nicht ausprobiert. Allerdings bin ich auch kein großer Schrotflinten-Fan. Lassen wir also mal. Und... Was war das hier? Singularitätsprojektor M490... Äh, M490... Blackstorm. Die Blackstorm, allgemein als schwarzes Lochgewehr bekannt, umschließt Materiepartikel innerhalb eines leistungsstarken Feldes zur Massenvergrößerung, wodurch sie nahezu unendlich viel Masse erhält. Dadurch wird eine Gravitationssingularität erzeugt, die Feinde und Objekte in der Nähe kurzzeitig anzieht. Die rasch ansteigende Gravitation beim Annähern an die Singularität zerreißt die Objekte. Das Masseneffektfeld bricht nach kurzer Zeit zusammen und wird mit einer gewaltigen Explosion wieder zu normaler Masse. Hm, das hier scheint ja eher gegen synthetische Gegner zu sein. Während das hier, glaube ich, für alle ist. Also einen Granatwerfer haben wir schon ausprobiert. Dann können wir jetzt ja mal das ausprobieren. Okay. Er kann nicht nix machen und er behält erstmal die Avenger. Ja, passt so. Es ist Zeit, dass sie mir jemanden ausprobieren können, wie sie tatsächlich kämpfen können. Sie sagen, was wir gegen uns? Der Recruiter war ein bisschen vague. Wir würden nicht viele Hire, wenn alle wissen die Wahrheit. Archangel ist in einem Geburt, am Ende der Boulevard. Er hat eine gewaltige Position, und der einzige Weg in ist über eine sehr exposed Brücke. Es ist ein Killing-Ground. Aber er wird sich verletzt, machte Erfeste. Wir haben ihn schnell genug. Ihr habt einen Plan? Ein kleines Team ist warten, um ihn zu verletzieren, aber wir müssen die Archangel zu verletzieren, um sie zu gehen. Und das ist wo wir kommen? Genau. Du bist auf eine Distraktion-Team. Geht direkt über die Brücke und behalte Archangel an, damit der Infiltration-Team kann in hinter ihm sein. Das ist ein Verletzieren. Das ist ein Verletzieren. Ja, aber Sie sehen, wie Sie können es tun. Geht auf die Boulevard und geht auf die 3e Barrikade. Geht mit Sgt. Katka. Er wird dir, wann zu gehen. Also, die Brücke ist der einzige Weg nach seinem Hintergrund? Genau. Archangel verletzt all die underground Passagepläne und hat die Tür zu den höheren Leveln verletzt. Wir haben Team-Team-Team, aber es dauert zu lange. Wenn sie das Schäden-Titel wieder fliegen können, wird das helfen. Aber ich hoffe, dass die Infiltration-Team den Job endet und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben ein Schäden-Titel, um einen Mann zu nehmen? Ja, und Archangel hat es abgelassen. Er hat es nicht zuerst, aber er wusste, dass er nur was zu tun hat. Er hat es nicht zuerst, um ihn zu verletzieren. Es war gar nicht ein fairer Kampf, zumindest nicht für uns. Wo ist die Infiltration-Team jetzt? Auf der tiefen Seite der Brücke, nah an seinem Hintergrund. Aber sie können nicht weitermachen, ohne ihn zu sehen. Wie haben sie das so weitermachen, ohne ihn zu sehen? Mehrere Verletzungen. Terek hat eine Schäden-Titel, um den Archangel zu halten. Wir konnten ein paar Menschen in seinem Hintergrund, bevor er es unterhalten. Aber sie sind da. Wir müssen den Archangel auf der Brücke, um ihn zu finden, um ihn zu entfernen, um ihn zu verletzieren. Was wissen Sie über Archangel? Ich bin der falsche Mann, um zu fragen. Ich mache nur Logistik. Terek und die anderen Merc-Bosse haben ihn schon seit einem Zeit lang. Aber nicht überraschend, wenn sie nicht überrascht, um einen Freelancer zu sprechen. Ich gehe nach Sgt. Cathca. Gute Idee. Schau dich auf dem Boulevard. Archangel haben schon viele Menschen da abgeholt. Cathca. Cooler Name. Es wird einfach sein. Out wird eine B***h. Lass ihn ihn erst finden. Dann werden wir herausfinden, wie zurückkommen. Oh, keine gute Idee. Spontane Planung. Erstmal gucken. Kann man hier was einsammeln? Wie gesagt, wir werden Credits noch und nöcher brauchen. Wir haben ja die Preise in den Shops gesehen. Und der einzige Grund, warum wir uns schon so viel kaufen konnten, war, dass wir die 100.000 Credits bekommen haben. Weil wir einen importierten Spielstand hatten. Oder haben. Das ist der einzige Grund. Ansonsten hätten wir uns schon bei weitem nicht so viel kaufen können. Und wir haben schon nur das billige Zeugs genommen. Shepard, ich habe das Bereich gesammelt, aber ich bin nicht mehr möglich, dass ich keine andere Schritte für Archangel zu verursachen. Ich glaube, wir gehen mit den Marken. Die heavy Mechs und Gunship haben eine sehr viel Feuerkraft. Sie haben sie, bevor es zu verlassen, verbessern Sie Ihre Chance. Oh, wir haben ihn gesehen. Ja, da oben. Oh, okay. Müssen wir vorsichtig sein. Wir wollen ihn rekrutieren. Dazu müssen wir erstmal lebend bei ihm ankommen. So, der Infiltration team ist der Hauptfaktor von Archangel zu verursachen. Das ist der Eclipse. Du hast das selbst herausgefunden. Ich bin Jareth. Ich rune Omega's Eclipse. Was sollst du, Freelancer? So, der Infiltration team ist der Hauptfaktor der attack? Tarek's plan, nicht mein. Feiglinge, ja, eigentlich schon, aber das ist wieder... Nee, das ist normal. Wie ist der Eclipse auf Omega in der ersten Zeit? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports und Mechs keep the Ezo moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, aber Omega ist anything but organized. Es ist eine konstant battle für Kontrolle. Dann, Archangel kommt und kompliziert die Dinge noch mehr. Warum hat Archangel so viel Probleme gemacht? Ask ihm. Ich bin nur hier, um so viel Geld zu machen, wie ich kann. Wir haben nicht nach Omega kommen, um die Regeln und Regeln zu sein. Er wird immer wieder nach Omega kommen, ich versuchte dir. Es scheint, das ist persönlich für dich. Er hat einen meiner Transporte in den letzten Monat, hat zwei meiner Lieblings-Operativen. Einer war mein Bruder, also, ja. Es ist ziemlich persönlich. Was wissen Sie über Archangel? Er ist eine Lebensmittelbarkeit, die sich schnell verletzt. Das ist das? Keine Ahnung, niemand weiß nichts über ihn. Schau mal, du wirst du wissen, was du wirst. Er ist smart, er ist resourceful, und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn geflogen, er wird nicht mehr von uns verletzt. Kann ich dich weiterentwickeln? Wo ist er, wo er kommt? Wer ist er? Auch seine Team wusste nicht. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir ihn haben. Der ist ja gut drauf. Okay. So gut wie nur Menschen und Salarianer hier. Nachricht an Tarak. Tarak. Oder Tarak. Wie auch immer. Ich habe mit Garm gesprochen. Und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisation ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Arya eine Chance hat. Jareth. Oh. Das können wir bei Arya abliefern. Stimmt. Da stand ja drin, dass die, ähm... anscheinend was gegen Arya geplant haben. Oder dass die keine Chance haben, wenn, gegen sie, wenn sie nicht zusammenarbeiten. So könnte man ja damit rechnen. Ich guck mal mal. Es gibt keine Karte. Das finde ich doof. Also könnte man damit rechnen, dass die Vorhaben... Ah. Äh, dass die Vorhaben gegen Arya vorzugehen. Und... Da können wir uns eventuell ein paar Pluspunkte bei holen. Unterlagen über E-Zero-Schmrill. Shit, ich hab nicht gespeichert. Moment. Mensch. Hä? Hallo? Ich mach doch. Hallo. Hä? Ich mach doch. Hallo. Ich klicke. Bin ich jetzt doof? Wieso ging das jetzt nicht? Jetzt geht's. Ah. Okay. Doof. Aber passt schon. Na, wo haben wir das? Na komm. Ich glaube, wir haben jetzt auch mehr Zeit. Haben wir uns das Upgrade gekauft. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen entspannter da rangehen, aber... Dass das grad nicht geklappt hat, hat mich ein bisschen... fertig gemacht. Diagnose-Station für schwere Mechs. Freund-Find-ID-Umgehung. Da hatten wir noch weniger Zeit. Zielparameter neu konfiguriert. Sehr schön. Garm, natürlich. Ein Kroganer und ne Menge Watcher. Du bist in der falsche Ort, Freelancer. Du bist der Blutpack-Leader? Name ist Garm. Das ist alles, was du musst wissen. Ich bin hier, wunderschön, bis Sie Freelancern sind fertig. Sprechst du Fragen, und gehen. Wunderschön, die Blutpack-Leader sind. Wunderschön, die Blutpack-Leader wants uns zu warten. Ich liebe es warten. Aber er sagt, die Sonnen haben ein Plan, und sie wollen uns nicht in der Weg gehen. Huh. Wir müssen warten, bis die Eclipse und ihre Mechs. Wir sehen. Warum die Blutpack-Leader sind auf Omega? Wir sind die Muskeln auf dieser Blut-Leader Station. Wir brauchen Schutz, oder wollen jemanden entfernt. Talk mit uns. Die Blutpack-Leader sind überall auf Omega. Jeder liebt uns, und jeder liebt uns. Ich denke, Archangel mostly just hates dich. Er ist einfach ein uptightes Arschluss. Ich weiß nicht, was er denkt. Aber er kostet mir Menschen, und macht mir arbeiten für meine Geld. Ich werde ihn heute auswählen. Ihr seht. Ich bin der einzige, der ihn ein-on-one-be-kampft hat. Dazu können wir ihn jetzt nicht befragen, dass er ihn eins zu eins bekämpft hat. Das ist... Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein Schmerz in der Arschluss. Er ist ein Turian, das macht ihn etwas weniger schwer, als du. Und er ist wunderschön, bis er realisiert, dass du mehr als er für sie verabschiedet hast. Sieht, wie du persönliche Erfahrung hattest. Er versuchte, mich runterzuhalten, und wartet, bis ich alleine war. Der längste verdammte Kampf in meinem Leben. Aber ich habe ihn weggebracht, bis meine Männer kamen. Er war nicht so hart nach dem Zeitpunkt. Wir haben ihn über eine halbe Stunde von Omega. Wir haben ihn fast gehabt, aber der schmerzige Basterde hat ihn weggezogen, bevor wir ihn runterzuhalten. Okay. Ich sollte gehen. Über Zeit. Konnten war sie doch noch was über ihn erfahren. Äh... Da müssen wir dann lang, ne? Ach ja, hier oben geht's ja auch nicht lang. Gut, hier können wir nichts machen. Ach, Schnauze. Schutzgeldkonten. Ficken. Zum, 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 zum. Da. Da. Das hier, ne? Ja. Und das hier. Ja. Hat's ja nicht eigentlich einer erwischt? Ich könnte schwören, dass hier so ein gescriptetes Event war, dass wir sehen, wie jemand einen Headshot bekommt. Oder war das der Watcher hier vorne? Umgehen? Ah, gucken wir mal. Einmal das nehmen. Waffenlieferung der Blue Suns. Das könnte auch sinnvoll sein. Maschinenpistolen-Schaden. Schmuggelunterlagen der Blue Suns. Ein bisschen Geld. Und noch irgendwas. Das achte, das sollte wahrscheinlich schwere Munition sein. Aber da werden wir die ja voll haben. Genauso wie die Madpacks. Oder das Medigil, eher gesagt. Da können wir noch durch. Nein, schaffen da. Ich bin nach Sgt. Kafka. Du und ich beide, Pau. Er ist da oben, arbeitend auf dem Schraub. Wir gehen über den Bruch, wenn er die Worte gibt. Geh, wenn du ihn willst. Aber ich bin in kein Wettbewerb. Ich bin gleich zurück. Gut, Glück. Schau dir! Ja, damit habe ich das gescriptete Event vorweggenommen. Sorry. Aber wir wollen erst mal hier reiben. Hier haben wir dann die Blue Suns. Das nehmen wir auch alles mit. Und Tarek. Und die Blue Suns scheinen hauptsächlich Batarianer zu sein. Und Turianer. Get this Freelancer out of here. I don't have time for this shit. I just have a few questions about the operation. Gentlemen, get this scum out of my face. Tarek, what's eating your ass? Sayid. I take it. I take it you two are acquainted? We've crossed paths a few times. Since when do you work for so little? Since when are you a good-ass madman? It's Archangel. This guy's gonna kill me. Almost dead already. That bad, huh? Worse. Look, Sayid. I gotta deal with this shit. Jinta. Talk to these guys. Answer whatever questions they have. Good to see you. And who knows? Maybe you solved my problem for me. Anything's possible. Good thing you know him. Tarek hates having to hire Freelancers. He doesn't trust anyone outside the Blue Suns. You don't say. What can I do for you? What's Tarek gonna do if the infiltration team fails? To start, he'll shoot any Freelancers that are still alive. After that, he'll let Eclipse and the Blood Pack take their shots. I suggested we work together, but he doesn't trust the other groups. What if Archangel survives all the attacks? Then you sons are on your own. That's why Tarek wants that gunship fixed so badly. But it won't come to that. Archangel's good, but he can't hold out that long. He's already been in there over a day. What do the Blue Suns do on Omega? We supply goods to a lot of the groups and factions here. Goods? Weapons, mechs, machinery, you name it, we can get it. We also broker deals between factions. You wouldn't know what to look at him now, but Tarek can be quite a negotiator. How did Archangel get the Blue Suns so mad at him? He harasses and hounds us constantly. We worry that every job is a trap now. Does he know where this meeting is? Will this shipment suddenly disappear? How many men will we lose this time? Tarek's had enough. I don't blame him. What do you know about Archangel? He's a Turian vigilante who thinks killing mercs is a fun way to pass the time. Other than that, he's a mystery. He shows up, usually at the worst possible time, and screws with our work. He can't die soon enough, if you ask me. Why do you hate him so much? He went after Tarek, at his home. Almost got him. Tarek's been on edge ever since, and he's making my life a living hell. Second guess is every damn thing I do. Getting the other merc bands to help us shows you just how desperate he is. They're as bad as Archangel. Ach, die ist eigentlich ganz freundlich. Und genau deswegen wollte ich Said mithaben, denn die beiden kannten sich. Gut, okay, das heißt, wir dürften jetzt so ziemlich alles gemacht haben. Kafkas Assistent. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal.